Musik Ich habe schon gehört, du sprichst einige kleine Worte in Deutsch. Ja, ich kann wie ein Kind sprechen. Eine rauschende Ballnacht in Wien, wie hat es Ihnen bis dato gefallen? Ja, bisher hervorragend. Wir kommen aus der Schweiz und wir geniessen den Abend. Haben Sie schon getanzt? Ja, natürlich. Wunderbares Erlebnis, um hier dabei zu sein. Es ist wirklich absolut einmalig. Das erste Mal hier und wir haben es bis jetzt genossen und es geht noch weiter. Die Wiener Balltradition ist ja was Besonderes. Ich weiß nicht, gibt es in der Schweiz was Vergleichbares? Vergleichbares glaube ich nicht. Da sind die Wiener umschlagbar. Hatte ihr heute Abend genossen? Es ist so full of tradition and you can feel all the Austrian officers and families, they make you feel very welcome. So it's a great country with a tradition of great military but also the tradition of neutrality and it makes everybody feel welcome. Was hat Ihnen am besten bis jetzt gefallen? Ja, vor allem jetzt die Show vorher. Die war ganz toll. Der Rückblick über die letzten 60 Jahre war mich beeindruckend. Also können wir davon ausgehen, dass wir Sie nächstes Jahr wieder begrüßen dürfen? Auf jeden Fall. Und wie wichtig ist dieser Abend für den Militär? In Europa, relationships mean so viel. Um zu vertrauen zu uns, wie die Austriere Soldaten sind so dependable und respected around the world. Weil Sie immer zu vertrauen können. Vielen Dank. Vielen Dank.